Ich hätte an den Kollegen Reul eine Frage und zwar heute Vormittag haben wir 100 Jahre Frauen gehabt. Welche Chance sehen Sie eigentlich oder welche Chancen siehst du für Frauen in der Industriepolitik der Zukunft? Wir haben jetzt fast 22 Uhr. Wie schauen hier die Chancen für die Frauen in der Industrie aus? Ich glaube, dass wir sie dringend brauchen und in welchen Qualifikationsbereichen, glaubst du, sind die Frauen in der Industrie am besten aufgehoben? 30 Sekunden, um zu antworten. Das sind großartige Chancen und notfalls kümmere ich mich selber darum.